Ich lerne Deutsch. Nummer 2971 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Herzlichen Glückwunsch! Das war ein tolles Spiel! So gut wart ihr noch nie! Herzlichen Glückwunsch! Das war ein tolles Spiel! So gut wart ihr noch nie! Herzlichen Glückwunsch! Das war ein tolles Spiel! So gut wart ihr noch nie! Er hat unsere Verabredung abgesagt und will mich nicht wiedersehen! Er hat unsere Verabredung abgesagt und will mich nicht wiedersehen! Er hat unsere Verabredung abgesagt und will mich nicht wiedersehen! Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen! Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen! Können wir diese beiden Punkte nicht einfach zusammenfassen und so zu einer schnelleren Lösung kommen? Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein! Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein! Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein! Wiegt diese Tafel Schokolade genau 100 Gramm oder hat der Hersteller das Gewicht verändert? Wiegt diese Tafel Schokolade genau 100 Gramm oder hat der Hersteller das Gewicht verändert? Kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht alleine! Kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht alleine! Kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht alleine! Es gibt zwei Möglichkeiten, das Projekt zu beginnen, aber es ist eine schwierige Entscheidung! Es gibt zwei Möglichkeiten, das Projekt zu beginnen, aber es ist eine schwierige Entscheidung! Ich vervollständige noch schnell eine Zeichnung, gleich habe ich ein Meeting! Ich vervollständige noch schnell eine Zeichnung, gleich habe ich ein Meeting! Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate! Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate! Jetzt kommen einige Wiederholungen! Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate! Dies ist eine Liste von Dingen, die ich in meinem Leben erreichen werde! Dies ist eine Liste von Dingen, die ich in meinem Leben erreichen werde! Das hat er auf meine Nachricht geantwortet! Ist das nicht süß? Das hat er auf meine Nachricht geantwortet! Ist das nicht süß? Ich bezweifle, dass es funktionieren wird! Ich bezweifle, dass es funktionieren wird! Ich bezweifle, dass es funktionieren wird! Was du suchst, findest du dort rechts in der Küche neben dem Kühlschrank! Was du suchst, findest du dort rechts in der Küche neben dem Kühlschrank! Was du suchst, findest du dort rechts in der Küche neben dem Kühlschrank! Die Mutter versucht, ihrem Sohn bei schwierigen Aufgaben zu helfen! Sie kann es aber selbst nicht! Dies ist eine freie Fläche für deine Werbebotschaft! Dies ist eine freie Fläche für deine Werbebotschaft! Dies ist eine freie Fläche für deine Werbebotschaft! Ich habe jetzt keine Zeit! Das Finanzamt hat mich schon an die Steuererklärung erinnert! Ich habe jetzt keine Zeit! Das Finanzamt hat mich schon an die Steuererklärung erinnert! Ich führe meinen Betrieb modern und mit allen technischen Hilfsmitteln! Ich führe meinen Betrieb modern und mit allen technischen Hilfsmitteln! Ich führe meinen Betrieb modern und mit allen technischen Hilfsmitteln! Die Familie ist schon nach vier Wochen in ihr neues Haus eingezogen! Die Familie ist schon nach vier Wochen in ihr neues Haus eingezogen! Das Golfspiel ist für heute beendet! Nächsten Mittwoch geht es weiter! Das Golfspiel ist für heute beendet! Das Golfspiel ist für heute beendet! Nächsten Mittwoch geht es weiter! Ich wurde aus über 100 Bewerbern ausgewählt! Ich habe die Hauptrolle bekommen! Ich wurde aus über 100 Bewerbern ausgewählt! Ich habe die Hauptrolle bekommen! Ich lese gerade die Statistik vom letzten Monat! Du hast gute Arbeit geleistet! Ich lese gerade die Statistik vom letzten Monat! Du hast gute Arbeit geleistet! Ich lese gerade die Statistik vom letzten Monat! Du hast gute Arbeit geleistet! Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like! ? ? ? Vielen Dank.